Yo, ey, was geht, wenn ihr gerade dieses Video seht? Ich bin gerade übrigens auch am Streamen, also wir streamen gerade ARK, also wenn ihr direkt danach Zeit habt oder während... Also, schaut doch einfach jetzt in Streamen, Leute! Es geht weiter mit ARK, mit Trimax, Romatra, Spark of Phoenix und GTA. Bis gleich, ciao! Ich bin muskulös! Ich kann nicht gespritzt, ich irgendwas ist mit meinem Inventar falsch! Das ist übertrieben scheiße! What the fuck? Nein! Dank mir willst du, dass du die IG... Ich hab gefragt, ob ich noch irgendwas machen muss! Du dummes Arschlachmann, du kannst gar nichts! Ich hab doch eine komplette Erklärung euch geschickt im Bild... Es ist alles... Man kann ja ganz, ganz dunkel sein, man ist ja dann... Ja, ist gut! Alter, der Breakdance! Er hat ganz große Hände, aber ganz kleine Arme. Sind wir fertig oder was? Sind wir fertig? Alter, wir bauen einfach Trimax, Leute! Das ist einfach Trimax, den wir grad bauen! Rumpf! Ja, Mann, der Boy ist shredded! Alter, das ist einfach Kevin Wolter, Junge! Das ist einfach Kevin Wolter, den wir grad bauen, Leute! Wir machen den immer ganz klein, okay? Wir machen den ganz klein! Ich bin zufrieden, Leute! Der sieht genauso aus wie ich! Hier ist kalt! Du sollst bald einen wärmeren Ort ausrufen! Ey, da vorne ist einer! Sorry, Spark! Ich wollte dich nicht schlagen! Was ist du denn aus? Ah, nein! Jetzt sind wir hier auch vorsichtig! Sorry, Spark! Hey, Spark schlägt mich! Ihr seid das! Ey, hör doch auf, hör auf! Warte, hör auf! Wer ist denn, Phoenix? Indiana Yeet? Aua! Warum? Spark sieht richtig gut aus! Spark, zeig mal! Spark sieht so gut aus, Alter! Leute, kurze Frage! Wie sollen wir unseren Stamm nennen? Fall! Kevin Wolter Baumhauen! Ich bin auch... Hey! Wartet, Jungs! Ich bin echt tot! Hör mal auf jetzt, Romatra! Ja, du hast angefallen! Komm her! Nein, ich will nicht, ich bin echt tot! Ey, hört auf! Ehe halten für mehr Option! Ey, du hast nicht angenommen, Remi! Du bist so ein F***er! Komm her! Komm her! Stopp! Ja, okay, komm! Wir machen Frieden! Komm her! Einmal noch Frieden! So, jetzt aber! Regenerier Gesundheit! Ich bin gespawnt! Ja, um nicht wieder richtig überlegen zu können! Toll, Romatra, das bin ich wegen dir behindert! Ich bin gespawnt! Jetzt machst du auch 10% Nahrung verloren, ey! Ey, ich hab gecutt! Ich hab gecutt! So, warte, drück jetzt mal gleich! Greifen wir den jetzt an! Boxen wir den jetzt alles zusammen! Warum ist Romatra ein Zwerg? Angriff! Angriff! Okay, Angriff! Hinterher! Was, was greifst du den denn an? Stopp mal ganz kurz! Ich muss... Ich seh nichts! Ja, warte! Nein, nein, nein! Hört mir kurz zu! Ich verhunger! Hey, hör auf! Ich hab Beeren gegessen! Lass mich! Du dummer kleiner Zwerg, Alter! Ich hasse dich! Lass uns die Steine im Romatra umbringen! Ich hab... Oh, hier! Ich mach was in der Hand! Mittelgroßer Kothaufen! Konsumgut! Verbrauchen! Ich hab Kacke gegessen! Ich hab Kacke gegessen! Ich hab Kacke gegessen! Zeig mal ganz genau, wo du's herhattest! Die Kacke? Die lag hier am Boden! Die hab ich einfach gegessen! Leute, ich hab Kacke gegessen! Kevin! Ich bin gestorben, weil ich Kot gegessen hab! Lass den! Lass den! Lass den! Lass den! Mann, du hast den umgebracht! Jetzt zieht den Körper hinter mir! Toll, Max! Toll, Alter! Ich hab dir meine Bären gegeben! Du bist so scheiße, Alter! Jetzt nimm ihn auch mit! Dummer Affe, Alter! Wie schnell ist der? Der wird dich... Glaub mir! Wenn du den einmal haust, der wird dich aus dem Leben kicken! Kann man auf den... Ich will auf den drauf springen! Ich bin auf ihn drauf! Ich hab ihn! Ich zähm ihn! Ich zähm ihn, Leute! Ich hab ihn! Alles gut! Ich hab das unter Kontrolle! Max, du kannst ihn schlagen! Ich hab ihn gezähmt! Du kannst ihn schlagen! Du kannst ihn wirklich schlagen, Max! Ich hab ihn unter Kontrolle! Du kannst ihn bolsen einfach! Leichten Klaps auf den Hinterschenkel gegeben! Und dann ganz schnell wegrennen alle! Ich geb euch einen Tipp! Geht da nicht zu nah dran! Wenn die den jetzt schlagen! Ich schlag den nicht! Ich bin nur... Ich bin sein Herrscher! Oh, Leute! Leute! Du hast ihn geboxt! Du hast ihn geboxt! Nein! Du hast ihn geboxt! Nein! Du hast ihn geboxt! Nein! Du hast ihn geboxt! Ich hab ihn geboxt! Ich bin auf T-Rex-Jagd, Alter! Aber ich glaub, der ist noch nicht ausgewachsen! Guck mal, das hier! Männlicher Lycerathos! Den kann man doch... Oh, oh! Das ist ja ein Loser! Lass den mal in den Loser hauen! Niete, Alter! Richtige Niete! Kann gar nichts! Was ist das? Ist der ausgewachsen? Kein Wunder, dass sich eine Saurier ausgestorben ist! Guck mal, wie low der ist, Alter! Der hat eine Höchstgeschwindigkeit von 3 kmh und hat keinen Schutz und kann nicht angreifen! Eifel-Doh! Das ist neben der Fleischbolzen einfach! Da können wir uns tagelang von ernähren! Der kann nichts machen! Mein Gott, ist der schwach! Also, Remi muss sagen, das war nicht gerade sehr vegetarisch von dir gerade! Oh, jetzt! Ich muss kacken! Wie kack ich? Oh, Madras, bleib mal stehen! Ja, ich bleib mal stehen! Okay, aber wie kann ich die jetzt bauen? Ich glaub, das ist kack ja! Und jetzt geht los! Bleiben mit der Kacke von Max! Holy Shit, das ist ein ganz böser! Max, das ist ein Pflanzenfresser! Der Bronto ist ein Pflanzenfresser, das weiß ich noch! Spino ist der Typ mit dem Stachel auf dem Rücken! Mit dem Säger, ja! Zu dem würde ich auch nicht gehen! Holy Shit! Ich will raus aus dem Wasser! Ich hasse es im Wasser! Zurückschwimmen vielleicht! Ich bin tot! Kevin ist tot im Wasser! Ich bin auch tot! Tot! Du warst hier unser Guide! Wir sind alle tot! Alter, Kevin! Wir haben uns einfach ins Piranha-Becken gelohnt! Das ist so schlecht von dir, Kevin! Wirklich, das war so schlecht gespielt, Mann! Ich glaube, ich weiß nicht, ob die so low sind, dass sie uns jetzt in Ruhe lassen, wenn wir rüberschwimmen würden! Dann lass rüber! Oh nein! Ich hab meinen Speer weggeworfen! Den töte ich jetzt hier erstmal! Könnt ihr mit draufhauen! Ist der gestrandet? Was für ein Scheißfächer, Alter! Ist der dumm! Ja, Mann! Rein da! Sehr schön! Du musst gut stehen bleiben, Max! Ja? Du hast... Ist alles normal bei dir, bitte? Ist alles normal bei dir, Max? Max! Also... Max! Ich hab zwei Spiele! Kevin, wir haben Problem! Gibt's den noch gut, Max? Ja, dann lass uns jetzt einfach versuchen, ob wir rüberkommen schnell! Das ist ne ewig! Man schwimmt aber auch sehr langsam, ne, Kevin! Hast du denn noch Ausdauer gehabt? Ich schaff es! Nein! Ich war kurz! Nein! Knapp! Ich hab's aufgeschafft! Seid ihr drüber? Ja, ja, ich bin drüber! Ja, Mann! Das kann nicht sein, dass die beiden Idioten das geschafft haben, Alter! Auf Sylt hat mir mal, als ein Kind war... Es interessiert niemanden! Oh, ne Schüttkotte! Darf ich die haben? Ich hab ne AWP gefunden! Oh, Junge! Ich hab jetzt jetzt angegriffen! Ey, wenn du jetzt stirbst! Nein, ich hol dich nicht! Guck mal, guck mal, wie langsam! Ja, ich weiß schon, wo ich's angegriffen habe! Ist einfach extrem langsam, was ne Scheiß! Das stimmt, das stimmt! Mann, jede Schülkotte ist langsam, du Bott! Ich würd's mega feiern, wenn wir hier alle so am, am, am Ufer lang sprinten! Und auf einmal kommt so ein riesen Krokodil, packt sich Romatra, frisst ihn einfach auf! Alter, Romatra! Und Romatra! Kevin, hier willst du mit uns hin, oder? Ohne Witz! Wenn du das gleich siehst, musst du sagen, okay, das ist ein geiler Spot! Hinlegen! Ja, das wächst alles so ab! Kacken! Und ich will alle Kacke aufsammeln, bitte! Lass mich, alle Kacke! Und denkt an regelmäßig zu essen, ne? Ich hab sie alle! Ich hab alle Kacke genommen! Ich frag euch jetzt was, Leute! Ich bitte euch, drückt da gleich bitte nicht E drauf, ja? Max, das geht an dich! Mir ist kalt, ich hab ne Schneeflocke! Wenn ihr sowas findet, wenn ihr in die Nähe von so einer Kiste kommt, geht da einfach nicht dran, weil die geben ziemlich viel XP am Anfang! Wenn jetzt hier gleich irgendwie, weiß weiß ich, ein Raptor einfach so random kommt und mich twittert, dann raste ich unnormal aus! Marc, was machst du hier aus der Höhle raus? Ich skill gerade! Ich schieße mit meiner Steinschlager in den Kopf und bewerf dich jetzt mit Kot! Hier, warte! Das ist doch scheiße! Was ist denn das Leder überhaupt her? Muss ich treffen! Oh! Oh, das ist ja direkt hier! Holy! Weg da, weg da, weg da! Was macht das hier? Soll ich drauf schießen mit der Steinschleuder, Kevin? Ne, ne? Das wird nicht sehr viel bringen, glaube ich! Warte, ich pull das mal weg! Alter! Nimm das fest! Hab's getroffen! 9 Damage macht das! Ciao, ich bin raus! 900! Das klemmt gerade fest! Ich hab's ein paar Mal angehittet schon! Kriegen wir niemals down, oder? Das hängt gut an dem Bauch! Wenn wir von hinten angreifen, kriegen wir es! Ja komm, let's go! Komm, hier rum! Hier rum! Den können wir töten! Halt's Maul! Scheiße, jetzt sind ganz viele Mini-Dinosaurier! Ich schieße gerade drauf! Vorsichtig! Nicht so lange drangehen, ne? Romatra! Wenn der sich umdreht, trifft der dich! Bitte lass es dir! Oh, ja, ja, ja! Es ist tot, ne? Aber wieso baust du ihn denn jetzt ab? Weil ich hol den mit der Axt, dann kriegen wir mehr Leder raus! Ich baue unbedingt Leder 5! Ich mach auch! Warte mal! Alter! Ey, jetzt hast du hier noch... Max, das ist so unnötig! War ich das? Sicher? Nee, du... Guck mal, ich baue jetzt hier eine Wand und du scheiß... Hier! War das nicht meine Scheiße? Nimm sie... Tu sie ins Wasser! Wir sind Menschen! Keine Affen! Das ist ja ekelhaft, Max! Ja, ich baue hier eine Wand und du kackst hier einfach rein! Ich hab nicht aktiv geschützt! Das muss einfach passiv ein bisschen... Guck mal, ich geh vom Haus raus! Mein Kollege wollte, glaub ich, nur einen kleinen Furz lassen... Ich nehme meine... Und dann schmeiß ich die ins Wasser! So, zack! Tötet ihr vorne eine Ente! Hat die Leder? Entenleder! Sichtig, Leute! Ich hol jetzt ein Krokodil! Geht weg von mir am besten! Soll ich mit Attack oder nicht? Was sagst du? Wieso holst du das? Ich hol das, ich greife das jetzt an! Man geht nach hinten und lauft immer wieder weg, wenn ihr angegriffen habt! Wir schießen mit drauf! Okay, ich bin tot! Boah, der ist 76! Vorsichtig, der ist stark! Aber wenn wir den töten, kriegen wir richtig viel Leder! Tötet ihn, tötet ihn, tötet ihn! Kann den nicht? Wie soll ich den töten? Ich hab noch nicht geschlafen! Du hast ihn eine halbe Stunde gezähmt! Jetzt kommt ein Krokodil und frisst ihn auf! Das ist ja so low! Das war doch das einzige, was ich... Was ist das Krokodil? Max, du hast die ganze Zeit Leder im Inventar! Schreibt mir der Chat, ne? So unnötig, Max! Max, ich schieße mit drauf! Sack! Oh, oh, der ist jetzt sauer! 62 Damage hast du ihm gemacht! Der loote! Spark! Spark, hilf er mit dir! Ich hab Dönerrolle gerecht, Alter! Komplett rein! Lootet das Krokodil schon! Nein, noch nicht! Ja, dann ist das doch noch nicht sehr stark! Der Spark hilft ja auch nicht, Alter! Es blutet! Ja, das ist unglaublich! Spark, das ist ein Team-Game eigentlich! Aber naja! Der ist... Der macht unser alles kaputt, was wir gebaut haben! Ja, der wird jetzt das ganze Lager zerlegen! Deswegen hab ich gesagt, zieht es nicht ins Lager! Ah, Leute! Ich zieh's weg! Ich zieh's weg! Ich muss da hin und Sperre craften! Ich muss da hin und Sperre craften! Und dann werfen wir ihn mit ganz vielen Sperren ab! Haben wir ihn getroffen? Ich hab mal drei Sperren gekraften! Ich kann nicht mehr sprinten! Irgendwas ist am Inventar falsch! Ich kann nicht mehr sprinten! Das ist scheiße! Das ist übertrieben scheiße! Oh, Kevin! Das Blut ist schon richtig gut! Das Blut ist schon richtig gut! Oh, oh! Vorsichtig! Oh, das... Mann, ey! Jawoll! Womit abbauen? Mit der Axt? Axt! Axt! Okay, drop mir mal euer Leder, Kevin! Ich kann das Leder gebrauchen! Ja, mach daraus aber Betten! Nur Betten-Craft! Ich weiß! Ich weiß! Alter! Wenn wir Trimax abbauen, kriegen wir essen! Ich hab dreimal rohes Fleisch von Trimax Kopf bekommen! Wir essen Trimax! Darf ich auch was haben? Nein! Du brates gerade, Max! Du wirst gerade am Feuer gebraten! Das ist total Kannibalismus! Du darfst mich nicht essen! Du darfst keine anderen Menschen essen! Max, du bist so fett, Alter! Natürlich darf man nicht essen! Holy Shit! Man darf keinen anderen Menschen essen! Max hat vier Leder! Max gibt das Leder her! Ich steche dich in drei! Zwei! Eins! Zehn! Und neun! Acht! Sieben! Sechs! Fünf! Drei! Zwei! Zwei! Und kein Leder! Ja, hier vorne rechts den Tag den auf jeden Fall nicht, oder? Ne, den Tag auf jeden Fall nicht! What the fuck! Oh, Rapport! Steinschleuder oder sonst was? Lass gucken, was abgeht! Lass gucken, wen misch uns ein! Oh mein Gott! Der Raptor hat mich gewonnen, schottet! Ich bin auch tot! Okay, alles klar! Ich bin auch tot! Ich bin auch tot! Das ist jetzt ungünstig! Oh mein Gott! Was? Wie viel Leben hat so ein Raptor? Ich bin grad von Piranha... Das ist ein bisschen schwierig für einer! Ich box dich jetzt! Was? Ja, komm! Eins gegen eins, du Lappen! Was? Dildosaurus! Kann man irgendwie das Wasser vergiften? Wieso? Wegen einem Piranha, oder was? Ja! Wir könnten ja auch bei uns bei der Basis so oft ins Wasser scheißen, dass da gar keine Piranhas mehr leben können! Geht das? Oh, oh! Ging ja recht gut! Romatra, komm mal her! Du musst los! Und jetzt? Ja, ja! Ich bin doch auf der anderen Seite! Ja, dann klappst du jetzt! Pass auf! Der ist jetzt im Wasser! Der kommt zu dir rüber und dann kannst du ihn zurückbringen! Also Spark, was machen wir? Ja, warte, warte, warte! Er ist auf deiner Seite jetzt! Da bei dem Steg? Ja, ne, eher ein bisschen weiter links von dir! Ah, ja, ich sehe! Ne, der rennt brutal weg! Opfer, oder? Kevin Wald, gute Idee! Ich würde sagen, macht einfach mal wie ihr wollt! Worst Case, wir sterben so, oder? Das ist Level 8! Daun ein kleines Scheiß-Denk, Romatra! Die können wir, die können nicht... Ich wollte die nicht töten! Soll ich sagen, warum? Ihr könnt gleich bei der Bären reinlagern, dann können wir die als... Oh nein, das ist Kotze! Mach was! Mach was! Ich seh nichts! Ich bin noch nicht tot! Ich bin noch bewusstlos! Soll ich dann weiter Narcobären geben noch? Du hast gar keinen so Lügner! Du hattest gar keinen! Aber du hast gelogen, Romatra! Was? Einer von denen war tot! Einer von denen war tot! Einer von denen war tot! Nein, der eine hatte sogar einen Sperr in der Hand! Der eine hatte einen Sperr im Kopf und lag am Boden! Nein, der war... Der hat den in der Hand gehabt! Es muss doch irgendeinen Scheißvieh geben, was man hier einfach umbringen kann! Du hast eine Waffe eingesetzt! Hab ich nicht! Was ist denn jetzt schon wieder? Oh, ein Raptor! Nein! Ein Raptor! Das ist der Raptor, den wir vorhin aus dem Lager vertrieben haben, glaube ich! Geil! Wer? Ach, du bist denn jetzt reingestolpert in den Raptor? Das ist ja sau unangenehm! Ey, wir haben nichts hier, Alter! Wir sind voll die Bots, Alter! Wir sind richtige Opfer, Mann! Bisschen XP brauchen wir! Macht nicht zu lange! Will talk, okay? Auf Wiedersehen! Tschüss! Auf Wiedersehen! Tschüss! Ss Ciao! 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 Ciao!